Erneute Wende im großen Liebesdrama des diesjährigen Dschungels. Iris Klein veröffentlicht Beweise, dass Peter sich in Yvonne verliebt haben soll. Unter anderem diesen Chatverlauf teilt sie auf Instagram und erklärt weiter. Die schreiben auch die ganze Zeit und jetzt habe ich gesagt, morgen, mein Mann und ich, wir wollten frühstücken, wir wollten uns aussprechen und er hat mich auch angelangt. Er wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade, der anderen, er liebt sie, also wie dreckig können Männer bitteschön sein. Anstatt alles abzustreiten, gibt nun auch Peter in einem Video auf Instagram zu. Für Gefühle kann ich nichts. Ich habe mich verliebt, ja, das stimmt. Und ich habe mich von meiner Frau immer weiter entfernt. Ich konnte es ihr nicht sagen, die ganze Zeit, weil ich ihr einfach nicht wehtun wollte. Vielleicht war es der falsche Weg, vielleicht hätte ich direkt mit ihr mit offenen Karten spielen sollen und sagen sollen. Ich empfehle nicht mehr so viel für dich wie am Anfang und liebe eine andere Frau. Diesen Schritt habe ich verpasst. Doch eines beteuert er weiterhin felsenfest. Und ich muss dazu sagen, es ist in Australien nichts passiert. Definitiv nichts. Die nächste Stufe im Ehedrama ist nun wohl erreicht. Bleibt abzuwarten, wie sich Yvonne nach Peters Liebesbeichte weiter verhält. Noch sagt sie, dass sie ihren Mann liebt und zu ihm zurück will.